So, Alex weiß also immer alles besser. Die nächste Prüfung heißt, meine Frau hat immer recht. Was Frauen ja total unsexy finden, ist ein Mann, der alles besser weiß. Laut einer Studie ist das sogar Beziehungskiller Nummer 1. So, ihr zwei, wir haben eine Trennwand zwischen euch installiert. Das hat natürlich großen Sinn. Denn es geht jetzt darum, du alter Besserwisser, ob du deine Frau richtig einschätzt und vor allem das, was sie sagen wird. Nein, darum geht es. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht darum, zu wissen oder zu vermuten oder einzuschätzen, was sie gesagt hat. Du musst also Halli gut kennen. Okay? Verstanden. Verstanden. Ich lese euch die Regeln vor. Den Partnern werden zeitgleich Fragen aus der Wissenswelt des Mannes gestellt. Es gibt jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Beide loggen ihre Antwort unabhängig voneinander ein, versteht sich. Entscheidend ist jedoch nicht, dass beide die richtige Antwort geben, sondern, dass der Mann die gleiche Antwort wie seine Partnerin wählt. Auch wenn diese Antwort falsch sein könnte. Es werden fünf Fragen gestellt. Für jede Beeinstimmung gibt es 3.000 Euro. Maximal also 15.000 Euro. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Es ist kein Spiel. Es ist eine Prüfung. Erste Frage. Welches Land grenzt nicht an Deutschland? Dänemark, Luxemburg, Italien oder Tschechien? Lockt ein, wann ihr wollt. Du hast schon eingeloggt? Ja. Okay. Wir lösen auf. Oder vielleicht doch das. Möglich. Okay. Wir lösen auf. Italien habt ihr beide gesagt. Sehr gut. Ja. Und ich kriege hier nicht so viel mit. Was sagst du? Ich kriege hier nicht so viel mit. Ich bin ein bisschen schwerhörig. Du bist schwerhörig? Ja, ein bisschen. Also, damit man Bescheid weiß. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass er Italien getippt hat. Das sollst du ja auch nicht mitbekommen. Nein. Ja, danach. Mein Gott. Auch nicht. Da habe ich es ja auch nicht gesagt. Wir haben ja dann aufgelöst. Das sollst du ja auch nicht mitbekommen. Ja. Du sollst ja nicht tippen, was er tippt, sondern er tippt, was er denkt, was du getippt hast. Ja, das habe ich ja verstanden. Ja, entschuldig. So doof bin ich nicht. Oh Gott. Komm hier, hier kriege ich keinen Ärger. Ja, ich weiß. Ich bleib bei dir, okay? Darf ich bei dir bleiben? Ja. Die ist aber böse. Ich höre es. Oh, ich denke, du bist schwerhörig. Ich denke, du bist schwerhörig. Ja, wenn ich mich konzentriere, nicht. Weil lässt dann gehen die Ohren. Ja. Wenn man tuschelt, dann merkt die das. Da hat die andere Sensoren. Ich sage dir, das mit schwerhörig, das stimmt gar nicht. Das sagt sie nur, damit man denkt, ach, da kann man drüber reden. Ja, wenn ich was will, hört sie nämlich nicht. Ja, so, ja. Boah, Schatz, ey. Warte, wenn wir zu Hause sind, ehrlich, ey. Du kannst auf der Couch schlafen. Okay. Natürlich muss er auf der Couch schlafen, in die Küche darf er ja nicht. Frage zwei. Welches Auto gibt es nicht? Warte. Welches Auto gibt es nicht? Danke. Fiat Panda, Alfa Romeo Spider, Ford Puma oder Dacia Dragon? Ist sie ein Auto-Fan? Kennen sie sich aus mit Autos? Darf nichts verraten? Sie ist nicht abgeneigt, aber ich hoffe trotzdem aufs Beste. Ja, das bleibt einem dann auch nur übrig. Er hat schon eingeloggt, deswegen können wir reden. Ja, hast du eine Ahnung, Ali? Ja. Okay. Welches Auto gibt es nicht? Mhm. Gut. Eingeloggt? Boah, wie du das immer sagst, ne? Ja, was soll ich sonst sagen? Was glaubst du, hat sie genommen? Und du sagst bitte nichts. Ach, du hörst ja eh nichts. Was glaubst du, was hat sie genommen? Ich hoffe, D. Hm. Nein. Du meinst, sie hat genommen Dacia Dragon, weil es die richtige Antwort ist. Vielleicht. Denkst du. Ja, und ich hoffe, dass ihr die Marke so unbekannt ist, dass sie denkt, das gibt's nicht. Gut. Wir lösen auf. Nein. Boah, Schatz. Sie hat wirklich gedacht, Fiat Panda gibt es nicht. Was? Woher soll ich das auch wissen? Den gibt's, glaube ich, seit 45 Jahren, aber das ist egal. Welches Auto gibt es denn jetzt nicht? Dacia Dragon. Echt? Ja. Den kennst du, aber einen Panda nicht. Wieso bist du so überrascht? Hast du einen Dacia Dragon? Nein. Nein. Ich hab's auch noch nie gehört, aber... Aha. Dein Mann ist ziemlich sauer, glaube ich. Ja. Der hätte genauso denken können, wie ich denke. Vielleicht schläfst du demnächst in der Küche. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bereit für die nächste Frage? Nee. Gut. Welches Computerspiel wurde weltweit am häufigsten verkauft? Oh nein. GTA 5, Super Mario, FIFA 2021, Minecraft. Boah, das ist Minecraft. Eingeloggt hast du. Ah, spielst du? Zockst du? Nee, ab und an. Ab und an. Ab und an mit ihm zusammen. Okay. Kennst du die Spiele alle? Ja, das spielt er eigentlich relativ öfter mit seinem Kumpel. Alle vier? Nee, nicht alle vier. Das, was du eingeloggt hast? Ja. Ja, okay. Glaubst du, sie wusste es? Oder sie hat dasselbe vermutet wie du? Also, ich hoffe B. Ja? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie auch eventuell FIFA sagen könnte. Warum? Die ja bei FIFA populär ist. Ja. Aber dann vielleicht, das ist ja FIFA 21 und das wird ja das Spiel, was ein Jahr lang aktuell ist und vielleicht nochmal, das wird ja nicht so Generationsspiele wie Super Mario übertreffen. Und du meinst, darüber hat sie, das hat sie einkalkuliert? Nee, möglicherweise nicht. Das macht mir ja so ein bisschen Sorgen. Ja, ich glaube, die Sorge war berechtigt. Wir schauen mal. Gott, du schläfst sowas von auf der Couch. Sag nicht, dass du FIFA genommen hast. Doch, sie hat FIFA genommen. Oh, hoppala. Kannst du das reparieren? Kann ich. Ich kann dir auch helfen. So. Sehr gut. So. Schatz, da steht FIFA 21. Ja, ist doch egal, ob 21 da steht. Hauptsache FIFA. Boah. Was glaubst du denn, ist das Richtige? Das, was du genommen hast? Weiß ich. War super alt. Ich könnte es mir vorstellen. Minecraft. Ja? Es ist Minecraft gewesen. Okay. Ja. Was hast du denn genommen? Mario. Ihr habt Mario genommen. Aber ehrlich, ich hätte... Oh mein Gott, das hätte ich als letztes genommen. Ich hätte auch Mario genommen, ganz ehrlich. Gibt es halt lange, ne? Ja. Frage 4. Welchen deutschen Automotor gibt es wirklich... Boah, das ist doch echt unfair. Denk nach. Schmitzmotor, Bartmotor, Otto-Motor, Krüger-Motor. Welchen gibt es wirklich? Ich habe gar keine Ahnung. Nur einen gibt es wirklich, die anderen sind erfunden. Boah. Dann nimm ich das. Da kann ich ein anderes? Nein. Können wir das nochmal neu anfangen und nicht beantworte Fragen aus Ihrer Welt? Nein. Obwohl, das wäre eine schöne Idee, aber das kriegen wir so schnell nicht hin. Beim nächsten Mal vielleicht. Glaubst du, sie hat das genommen, was du genommen hast? Ich habe ja schon das Zweifeln gehört. Ja. Kann sie ja trotzdem, wenn sie es nicht weiß, kann sie ja trotzdem zufällig... Ich kann nur hoffen, dass sie das irgendwann mal irgendwie gehört hat. Was? Was dann denkt, okay, das klingt plausibel. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Eieiei. Ja. Du denkst, sie hat was schon mal gehört? Ich hoffe, Otto-Motor. Ja. Wir lösen auf. Sie denkt Krüger-Motor. Ach du Scheiße. Was hast du genommen? Das Richtige, er hat Otto-Motor genommen. Oh, woher soll ich... Ich kenne mich doch gar nicht mit Autos aus. Ja, das macht ja nichts. Ich kriege graue Haare. Ja. Eine Frage gibt es noch. Seid ihr bereit? Nee. Ja. Nee. Vielleicht mal zwischendurch, es ist ja nicht alles verloren. Ihr habt schon 3000 Euro. Ich könnte da nicht so Bildchen einblenden, wer findet wen am Aspektivsten oder sowas, würde ich denken. Nee, nee, es geht ja doch um, wie gut ihr euch kennt. Ja, ja. Aber wenn ich weiß, dass sie alle vier Antworten nicht kennt... Bitte? Dann müssen wir aber die Regeln ändern. Nee, der ändert ja gar keine Regeln, entschuldige mal. Wenn ich weiß, dass sie alle vier Antworten nicht kennt... Ja. Was soll ich denn da machen? Ja, dann musst du überlegen. Dann musst du überlegen? Stell mich jetzt nicht hier dumm hin, ne? Du weißt, wie das endet, mein Freund. Wie endet das denn? Auf jeden Fall nicht nett. Okay, ich bin sehr froh, dass wir die Wand zwischen euch haben. Wir kommen zu Frage 5. Ich möchte da wieder Liebe reinkriegen. Welchen Star Wars Film Untertitel gibt es wirklich? Welchen Star Wars Film Untertitel gibt es wirklich? Darf Vaders Rückkehr, eine neue Hoffnung, Yodas Erwachen, die dunkle Versuchung. Kennst du dich mit Star Wars aus? Wir gucken es beide. Ah, gut, das ist gut. Ich bin mir sehr sicher, dass es trotzdem nicht beantworten kann. Ich geh mal hier rüber. Hast du eine Ahnung, Halli? Boah, ich wusste das einmal, glaube ich. Welchen Star Wars Film Untertitel gibt es wirklich? Nur einer ist echt. Den musst du wiedererkennen. Darth Vaders Rückkehr, eine neue Hoffnung, Yodas Erwachen, die dunkle Versuchung. Du hast dich entschieden und eingeloggt. Das ist jetzt tricky, ne? Du musst jetzt, wenn du denkst, sie weiß es, musst du das tippen von dem du denkst, dass es das Richtige ist. Wenn du denkst, sie weiß es nicht, dann wirst du verloren. Ich weiß, was das Richtige ist. Ja. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie das nicht gewählt hat. Und hoffe, dass sie sich anhand eines Protagonisten entschieden hat. Ich hoffe, dass sie das vermutet hat, weil der Name vielleicht präsent genug ist. Okay, du sagst, du denkst, dass deine Frau, dass Halli, als einzigen echten Titel von den Vieren gesagt hat, es sei Darth Vaders Rückkehr. Ja, was... Sie hat aber gesagt... Nein, bitte nicht B, was hier richtig wäre. Eine neue Hoffnung. Oh, scheiße. Aber sie wusste es. Sie wusste, du hast richtig getippt. Ja, ich wusste es. Mann. Sie hat richtig getippt. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt hast du hier an einer richtigen, falschen Stelle nicht damit gerechnet, dass sie wusste. Wir haben in beschissenen Filmen auch geguckt. Natürlich weiß ich es. Jetzt sag mal irgendeinen anderen Teil. Ihr Lieben, wir müssen so viel... Nein, einen anderen Teil weiß ich nicht. Aber das wusste ich. Halli? Ja. Darf ich kurz weitermachen? Ja. Ah, okay. Ihr habt 3.000 Euro gewonnen. Großen Glückwunsch. Ist doch besser als nix. Das stimmt. Claudia, wo stehen wir? Na, guck mal. Immerhin 3.000 Euro nehmen Halli und Alex aus dem Spiel mit. Sabrina und Philipp führen aber immer noch mit 56.000. Danach kommen Halime und Alexander mit 21.000. Diana und Jens stehen gerade bei 15.000 Euro. Schau mal, ihr seid immer noch Zweite zum jetzigen Zeitpunkt. Es ist aber auch schwer, ne? Das ist wirklich schwer. Aber du wusstest den Titel. Ja, den letzten wusste ich wirklich. Ja. Ja, das ist auch alles nicht so schlimm. Nur der Automotor tut weh. Der Krüger-Motor meinst du? Mhm. Ja, ja. Aber wenn man sich so gar nicht für Autos interessiert. Nee. Man muss dazu sagen, sie hat auch keinen Führerschein. Du hast keinen Führerschein? Noch nicht. Zweimal angefangen, zweimal abgebrochen. Jetzt weißt du aber zumindest, dass es ein Otto-Motor ist. Ja, jetzt weiß ich es. Ja, siehste. Wunderbar.